Feuer! Das Gewehr! Über! Ohne Tritt! Wasch! Abteilung! Halt! Gewehr! Ab! Recht euch! Augen geradeaus! Da Augen es längst! Grenadierker Ludrich Kate mit vier Mann vom vierten Garderegment zu Fuß von Schießplatzwache auf dem Wege zur Kaserne zurück. Achtung! Alle mal herhören! Sie marschieren nicht in der Kaserne, sondern folgen mir zu einer besonderen Dienstleistung auf allerhöchsten Befehl. Gefreiters übernehmen das Kommando! Jawohl, Mann! Wir marschieren zum Bahnhof Putlitzstraße und fahren nach Köpenick. Los! Wir marschieren zum Bahnhof Putlitzstraße und fahren nach Köpenick. Los! Auf die Vorderabteilung Aufstiegsmerzmanns! Die ist dann! Das Gewehr! Über! Ohne Tritt! Wasch! Nein!